Ja, willkommen zurück bei einer neuen Folge Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. In der letzten Folge haben wir uns unsere vierte, vierte Estus-Sherber, habe ich jetzt vier, ja. Die dritte Estus-Sherber, vier Estus-Frakons habe ich jetzt geholt. Ja, und jetzt muss ich mich mal kurz überlegen, überlegen, überlegen. Ähm, beide habe ich noch. Ähm, muss ich hin? Irgendwas war noch, äh, Leute, äh, immer so vergesslich. Wenn man so eine Woche nicht mehr spielt, ist das immer so, ähm, hier. Ach ja, der richtige Weg, genau. Turm, da muss ich hier, glaube ich, hin. Angeblich gibt es doch Geheimgänge, geheime Türen im Bossraum. So, nach unten gehe ich definitiv nicht. Nein, nein, ich weiß, wer da unten ist. So. So, da ist eine Mumie. Komm, gehe kaputt. Bam, ach. Okay. So. So, ich komme noch da, ach, bin ich da noch nicht rüber? Ach ja, ich dachte, ich komme nach oben. Kann von da runter schieben, ich komme noch da nicht rüber. Never. Never. Fahr doch. Wart, Knochen hat sich ja gelogen. Die sollen wohl doch Arsch-Türen sein. Gucken wir doch mal. Wo waren die denn? Hier? Ich gucke mich denn da durch. Nein? Habe ich doch vorher damit zugeschlagen. Oh. Nee. Irgendwie wird gesagt, hier sind... Ja. Wo meinte ich denn das? Ah. Ich muss irgendwas drücken. Aha. Was ist so? Na. In der Ahnung, ich raff's nicht. Wie ich da durchkomme, falls da überhaupt was ist. Ach, der eine. Ach, wieso das ist der? Hä? Entschuldigung, Mann. Oh, verschreck mich nicht. Was machst du? Er verschwindet einfach. Z. Ah. Ah drücken. Ach, malo. Mit dem falschen Pfeil. Ah, drücken. Ah, okay. Das rötlich ist. Ich könnte jetzt was dazu sagen. Aber mach ich nicht. Ist ekelhaft. Äh. Wo ist denn da? Stell TP und Zauber-Einsätze wieder her. Aha. Oh, man kriegt so viele Gegenstände in dem Spiel. Das ist ja unglaublich. Ist da noch irgendwo was gewesen mit Schatz voraus? War da noch was? Da komm ich. Okay. Jetzt doch mal nach unten gehen und gucken. Nein. Ich muss zu dem Turm. Ich will zu dem Turm mit der Brücke. Oh, die scheiß Mumie, ey. Eigentlich schnell aufmachen. So wie in. E-Volv-In. So, Baba Boom. Offen ist sie? So, komm her. Äh. Ja. Ja, doch. Hallo, voll schön. Wie geht's dir? Noch nicht mehr gesehen. So. Ich hatte doch... Ich hatte den Schild oben gespielt. Oh, jetzt. Schild vergessen wegzumachen. Sonst klappt... Der Angriff gar nicht. Ähm. Mach ich denn hier schon mal oben? Das ist jetzt ne gute Frage. Bin ich Depp echt nie hier hochgegangen? Ne, das kann so. Nein, ich war schon mal hier. Aber... Ich glaube... Ich muss... Hier hoch. Ich geh nochmal nach unten gucken, ob ich da was übersehen hab. Bevor ich jetzt wieder hochgehe. Ich muss... Da ging ja nur der Weg. Oder man ging dann halt runter, aber... Ich hatte ein Labyrinth, ey. Ich hatte ein Labyrinth, ey. Genau, da ist der... Der Hayopai. Er geht jetzt hoch, latscht drüber und kommt zu mir. Auf ihn warten? Ich bin mal nicht so, ne? Warten wir mal auf den Kumpel. Spannend ist ein Labyrinth. Ich bin mal auf den Kumpel. hier bin. Ich warte sogar auf euch. Ich sehe, dass ihr auf dem Weg zu mir seid. Der Grund ist wohl eher, dass ich nicht irgendwelche bösen Überraschungen erlebe. Aber ich habe gewartet. Das sehe ich. So, bye bye. Lebenstein. Ja, dann muss ich wohl doch nach oben, ne? Ach ne, waren da nicht die viele Mumien? Sind das nicht alles böse Fässer? Nein, das ist nicht toll. Ja, das kommt jetzt noch. Ah, ich mache immer das Falsche. Noch einer? Nehme ihn doch ins Visier! Äh! 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 Oh! Das schreckt mich nicht. Jo. Okay. Wieso habe ich hier die Türen hier aufgemacht? Es fallen hier nicht so voll viele. Oh nein. Nein, oder? Oh, die nerven! Oh, die nerven! kann ich den dadurch töten ich glaube ich letztes mal schon probiert immer noch einer wo muss ich hier lagen leute da hinten sitzt auch einer ich hab dich doch gesehen ängste ich seh dich nicht alter woher ich denn da hin oh ich weiß ich hier lang wo aber muss ich lagen aber jetzt was ich raus hat das war's oder sieht ja schon nicht schlecht aus angst hier war ich noch nie Nein! 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 Halt! Verzieh dich! Musste ja so sein, ne? Wo komm ich da rüber? Komm ich jetzt wieder rüber? Jups, was ist ein Flammenschmetterling? Hab ich, glaub, schon mal gefunden, oder? Eigenständige Entzündung. Ach, das war das. Ähm. Guck mal, wen wir da haben. Guckt mal. Das ist doch der Penner, der mich da immer abschmeißt. Fick dich. Guckst mich mal. Guckst mich mal. So. Fest, das Knöchelring. 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 Apropos, ich hab noch nie erlebt, dass meine Ausrüstung zerfällt. Das geht doch. Doch alles tut die. Hatte ich nicht so ein tolles Schwert von Dren, Dren, Leng? Hm. Da. Das wär besser. Genau, zu schwer. Rache. Ja, genau, Alter. Echt Rache für die scheiß Pfeile, die du da unten nimmst und kassiert hast von dem Wichser. Aha. Geil. Wieder hoch. Wo ist es da? Also links. War ich hier schon mal? Also hier hoch. Da war ich hier doch schon mal. Da ist noch einer da. Hab ich denn den Durchgang einfach nur verpasst? War ich hier noch nie? Kaputt. Mach dich kaputt. Komm. Bis mir. Auch nicht. Ach, hier war ich schon mal. Ah. Ah. Deshalb hab ich das nicht gefunden. Ich bin dann hier runter und hab dann irgendwie den Rest vergessen. Oh nein. Doch an den erinnere ich mich. Genau. Da, da, da. Oh ne. Hier ist noch mal hoch. Lohnt sich das Theater? Steht irgendwas. Alter. Äh. Glück. So wird sich das Theater? Mal probieren. Joop. Es lohnt sich. Ach nee. Oh. Was war das? Irgendein Kraut, ne? Nein. Nein. Hab ich überhaupt noch so ne Blume? Ey, die hab ich doch vorhin benutzt. Ach komm schon. Ah. Füsst dich. Soll es nicht wahr, oder? Ah. Wie gemein, ey. Vosiler Drachenknochen. Was gibt mir hier alles? Was ist denn der Drachenknochen? Nein, 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 nein. Hier? Alter! Was ist denn der Drachenknochen? Da. Äh. Versucht, angreifend. Kannst mich mal. Mann, ich will das Leuchtfeuer, da. Wie ich denn so ne scheiß Ding näher? Das ist so gemein, ganz ehrlich. Ihr seid so fies, ey. Das ist so hinterhältig. Muss das ne Wand sein, ey. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Ach komm schon! Na! Sieht ja gar nicht, wenn du dir die Nachricht direkt davor stellst. Doch, das ist ne scheinbarer Mann. Ich seh's doch. Obwohl, sieht nur so aus wahrscheinlich. Wie ist jetzt trotzdem überall, war? Oh, da hatte wir wieder Spaß, irgendwelche Scheiße hinzuschreiben. Oh, nee, ey. Das nervt. Jei, ey. Oh, ich will doch nur das. Leuchtfeuer. Wie krieg ich das jetzt? Wo hab ich denn die letzte? Das war ja eine scheiß Truhe. Ach, Kraut. Alter. Das nervt mich, ey. Muss hier irgendwo eins sein. Das war da runter. Vielleicht ist das ja sogar eins. Das wär natürlich cool. Sprinten. Ah, toll. Das geht, ne Leuchten. Will ich gar nicht. Wie kommen wir jetzt hier raus? Muss ich denn wieder alles nach... Oh, nein. Kann ich denn einfach da einsteigen? Mach mal oben. Oh, ich bin fast tot. Oh, ihr glaubt jetzt nicht, wie mich das ärgert mit dem Leuchtfeuer da oben. Was ist das? Fein. Oh, lass uns bitte so ein Kraut sein. Bitte, bitte, bitte. Nein! Alter! Ich hab elf Lebenssteine. Will ich das tun da hinten? Der hat so einen langen Stock. Ah. Wo starte ich eigentlich, wenn ich sterbe? Ganz weit weg wahrscheinlich. Ganz weit weg. Nicht dein Ernst. Ich will nur... Schießt der immer noch? Verstehen, ey. Sein Ernst? Alter, treff ich nie im Leben. Ah. 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 nervt habe ich das schon mal erwähnt aber ich sehe gerade folge ist zu ende ich sag mal bis zum nächsten mal bei dark souls tschüssi ein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020